Tim Hecker, am Ende nochmal ein Sieg geholt, mit drei Punkten verabschiedet. Du persönlich auch vom FKP. Was nimmst du mit vom heutigen Tag und von deiner Zeit beim FKP? Also von der Zeit beim FKP, die letzten sechs Jahre, einfach nur hervorragend, überragend. Viele Freunde kennengelernt, die bleiben auch für die Zukunft. Fußballerisch total weiterentwickelt. Und das Ganze außenrum beim FKP, also ich kann es nur jedem ans Herzen legen. Bleibt da, geht zum FKP, schaut euch das alles an. Wirklich ein super Verein. Ich hätte mir damals auch nie vorstellen können, mal Oberliga oder Regionalliga Fußball zu spielen. Der Traum ist dann wahr geworden. Das bleibt auch immer meinem Herzen. Und ja, das nehme ich mit. Die letzte Woche war auch noch sehr erfolgreich. Gerade ist heute noch das Spiel. Nochmal auflaufen dürfen, dann mit der U23 auch noch die Klasse gehalten, dass wir jetzt nicht laufen können. Und ja, schwer im Herzen muss ich jetzt leider tschüss sagen. Aber es geht auch in anderen Dingen weiter beruflich und deshalb. Was nicht geklappt hat diese Saison, leider der Aufstieg. Ich glaube, das hätte dir auch nochmal ganz gut getan, nochmal einen Regionalliga-Aufstieg zu feiern. Auch den anderen Kollegen, die gehen, David Becker etc. Aber dennoch denke ich unter dem Strich eine ganz ordentliche Saison. Du hast schon angesprochen, gerade dann die zweite Halbserie auch. Ja, genau, absolut. Also ich denke, ja, vor dem Winter hat keiner mehr damit gerechnet, dass wir nochmal so Gas geben werden. Dann auch, ja, Tabellenplatz drei holen. Ich denke, die Rückrunde hat einfach gezeigt, was noch mit der Mannschaft drinnen steckt. Hat wirklich jeder nochmal Gas gegeben und ich denke, am Ende war man jetzt wirklich, kann man alles sagen, war eine erfolgreiche Saison. Ich drücke nächstes Jahr auf jeden Fall den Jungs, die noch da sind, ganz fest die Daumen. Ich werde jetzt im Stadion weiterhin verfolgen, den Fußball und ja, hoffe, dass es vielleicht nächstes Jahr mit dem Aufstieg klappt.